Guten Morgen, herzlich willkommen bei VisioTec. Ok, jetzt, ich glaube, es gibt mehr Leute, online, und ich werde noch mal mich presentieren. Ich heiße Roque Alvarez und ich bin die Techniker für den ganzen Tag der Region. Heute werden wir über unsere Video-Tour-Express-Anlage sprechen, von der zweiten Generation. Ok, wie ich es gesagt habe, diese Punkte sind sehr wichtig zu wissen, bevor wir ein Angebot machen. Ok? Später, ich werde ein Beispiel machen und so können Sie unser Gerät sehen und natürlich besser es verstehen. Unser Video-Tour-Express-Anlage-System ist die Video-Tour-Express-Anlage der zweiten Generation. Es ist eine Lösung, die eine perfekte Harmonie zwischen Design und Innovation behältst und natürlich eine große Effizienz auf dem Markt. Die Modalität bietet eine flexible Lösung, Zubehör für mehrere Optionen und eine einfache Verbindung über Plug & Plate mit anderen Suchmodulen. Wenn ich die Beispiel mache, ich werde das zeigen. Ok? Über unsere Verbindung kann man die Verwaltung haben. Unsere Verbindung heißt Safir Connect und ist sehr einfach, das Gerät auf unser Handy hinzufügen. Sehr effizient. Die Kamera von unserer Video-Tour-Express-Anlage hat eine horizontale Blickwinkel 180 Grad und eine vertikale Blickwinkel 96 Grad. Alle die Monitore kommen mit einer Micro SD-Karte dabei. Es gibt eine Flexibilität, es gibt Lösungen für Häuser, es gibt Lösungen für Gebäude und natürlich, es ist möglich über Aufbau-Montage oder Einbau-Montage installieren. Einfach eine Benutzung für ProStandard, wir haben einen Assistent und mit diesem Assistent, man kann eine gute Installation machen. Ist auch sehr intuitiv, aber wie ich es habe, ich werde das später anzeigen. Die Installation ist möglich in vier Schritten machen, wie hier auf dem ersten Bild man sehen kann. Ein excellentes Bild von unserer Kamera von unserem Hauptmodul. Alle unsere Kamera haben zwei Megapits. Okay. Und es ist möglich immer verbunden Zeit auf unserer App Saphir Connect. Die Hauptmodule, die wir momentan auf unserer Website haben, sind diese Hauptmodule, die man sehen kann. Wie ich gesagt habe, alle unsere Kamera haben zwei Megapits, IP65, Standard-Liverpool und zwei Relais auf andere Beispiel. Genau so, zwei Megapits. Und hier können wir die System-Sweitrad-Module sehen. Die IP-Videotour-Sperz-Anlage mit der Sweitrad-Videotour-Sperz-Anlage, seine Funktionen sind die gleiche. Nur in dem System-Sweitrad braucht man einen Hub für eine richtige Verbindung machen. Unten haben wir ein neues Produkt. Und das ist die Videotour-Sperz-Anlage Vila. Dieses neue Produkt hat auch zwei Megapits auf der Kamera. Standard-Port-Port. Es ist möglich für Port-Port oder für Wi-Fi verbinden. Aber bitte, wenn möglich ist, immer benutzen wir Kabel. Und so werden wir keine Probleme mit dem Nächsten haben. Mit diesem neuen Produkt ist es möglich, direkt auf unser Handy einzufügen ohne Monitor. Aber später werde ich nochmal darüber sprechen. Unser Submodule, das momentan wir haben, sind diese, das man sehen kann. Es ist möglich, verbinden von unserem Hauptmodul acht Submodule. Okay. Wenn ich die Waspiele mache, ich werde diese Submodule zeigen und wie kann man die verbinden. Die Submodule, das wir auf unserer Webseite haben, das ist ein Beispiel von einem Panel fertig. Natürlich mit einem Hauptmodul und hier kombiniert mit anderen Submodulen. Für unser System es weiter hat Video-Tour-Sprech-Anlage. Man braucht diese Hub, so mit Monitor und Hauptmodul verbinden. Ohne diese Hub, es ist nicht möglich, eine gute Installation zu machen. Aber wie ich gesagt habe, ich werde in dem Beispiel dieses System zeigen und so können Sie es besser verstehen. Weitere Submodule, das wir auf unserer Webseite haben. Diese sind beispielsweise modulare von Aufbau-Montage oder modulare für Einbau-Montage. Die Monitore, die wir momentan haben, sind diese, die auf dem Bild sehen. Und die einzige Unterschied von dem Monitor, sind nur das. Gib es Monitor, es ist möglich für Wi-Fi verbinden und für Poe verbinden. Wie ich gesagt habe, bitte immer benutzen wir Kabel Poe. Und so werden wir keine Probleme haben. Alle die Monitore kommen dabei mit einer Micro SD-Karte zu einem Nachricht zu lassen. Das ist ein Beispiel für Einfamilienhäuser. Auf der linken Seite, man kann sehen, zwei Monitore mit einer Videotour-Sprech-Anlage verbinden. Auf der rechten Seite, es ist eine Installation mit einem Monitor und mit einer Kamera sehr viel verbinden. Natürlich, man kann die Kamera irgendwie auf den Monitor hinzufügen. Und wenn möglich ist, bitte benutzen wir eine Kamera sehr viel. So gibt es eine bessere Kommunikation. Es sind beide Geräte. Das andere Beispiel, aber jetzt mit Anrufen ohne Monitor. Es heißt, es ist möglich, direkt unsere Videotour-Sprech-Anlage auf unser Handy hinzufügen. Andere Beispiel für Einfamilienhäuser. Und hier können wir beide Systeme sehen. Auf der linken Seite, die IP-Systeme. Und auf der rechten Seite, zwei Draht-Systeme. Okay. Wir kennen schon, wie ist die Verbindung auf der linken Seite. Und hier, wie wir sehen können, das ist die Hub, das ich besprochen habe. Man braucht diese Hub-Verteiler für kommunizieren mit Monitor und mit seinem Hub-Modul. Und auch ich werde diese Beispiel machen. Und so können Sie es besser verstehen. Modulare Gebäude-Lösung werden. Es ist möglich, eine in Schwitz eine Kaskade machen. Und in diesem Beispiel, zum Beispiel, jede Monitor gehört, jede Wohnung. Natürlich ist es möglich auch eine Master Station verbinden und so weiter mit mehr Geräte. Das haben die IP-Systeme. Auf der rechten Seite, wie wir sehen, gibt es einen Verteiler in Kaskade. Es ist benötigt für zwei Draht-Videotour-Sperch-Anlage Installation machen. Wie ich gesagt habe, unsere Video-Tour-Sperch-Anlage IP von unserer Sweitrad-Videotour-Sperch-Anlage haben die gleiche Funktion außer die Hub, das man auf den Sweitrad benutzen muss. Unser Kit, das wir momentan auf unserer Website haben, für Sweitrad-Systeme, wie das erste Bild. Mit dieser Kit kommt natürlich mit dieser Hub-Modul, mit einem Monitor und mit dieser Hub und mit einer 24-Stron-Versorgung. Und der zweite Bild ist eine IP-Kit und es kommt mit einem Hauptmodul und mit einem Monitor. Es ist möglich, weitere Einstellungen auf dem Monitor zu machen. Okay, aber Achtung, wir müssen wissen, dass auf diesem Kit VIK004, man kann nicht weitere Einstellungen machen. Okay, und jetzt können wir es besser verstehen. Hier gibt es eine Unterschiede zwischen zwei Draht-Kits. Wie ich gesagt habe, man kann zwei Monitor oder drei Inkaskade machen und kommunizieren mit seinem Hub-Modul. Und auf der rechten Seite, man kann diese Einstellungen nicht machen. Es ist nicht möglich auf diesem Kit. Dieser Kit ist einfach und ist direkt vom Hauptmodul mit dem Monitor verbinden und man kann nicht weitermachen. Es ist nur so. Es ist sehr wichtig zu wissen, dass mit diesem Kit, man kann nicht weitere Einstellungen machen. Okay. Wie wähle ich die Module aus? Hier sind typische Beispiel. Zu einer Installation machen. Für eine einfache Installation, man braucht ein Hauptmodul. Man muss entscheiden über ein Bauchmontage oder ein Bauchmontage. Natürlich mit einer Pro-Standard Switch. Das zweite Beispiel ist für eine Tour öffnen ohne Schlüssel. Und dann kann man diese Suchmodule benutzen. Natürlich ein Hauptmodul, eine Tast-Tour-Modul oder eine Kartenleser-Modul. Okay. Diese wird für eine Installation ohne Schlüssel die Tour öffnen. Und dann kann man das machen. Genau so. Aber hier. Für mehr Wohnungen. In der ersten Beispiel ist bis 49 Wohnungen. Okay. Und in der zweiten Beispiel ist bis 500 Wohnungen. Die maximale Wohnungen, die man kann verbinden ist 500. Okay. Und jetzt genauso, aber jetzt sprechen wir über unser System zwei, drei. Wie ich gesagt habe, beide Systeme machen die gleiche Funktion. Außer auf diesem System man braucht diese Hub. Und konkret diese Hub kommt mit dieser Kit dabei. Und wenn man kauft. Zum Beispiel. Wenn man kauft ein Hauptmodul individuell und später kauft ein Monitor und zwei Draht. Dann braucht man diese Hub M2 benutzen. So eine richtige Installation machen. Ich werde auch später in meinem Beispiel zeigen, wie kann man es gut verbinden. Genauso wie der IP Beispiel. Aber hier sprechen wir über unsere zwei, drei, drei Video-Tour-Sprechanlage. Kommunikationsentfernung. Das ist sehr, aber sehr wichtig für jede Installation. Auf dieser Tabelle man kann sehen und wissen, welche Kabelart man benutzen kann. Okay. Aber das können Sie später auf der Website schauen. Und natürlich, das ist sehr wichtig, bevor eine Installation zu gehen. Und natürlich. So, dass wir diese Tabelle schauen können. Und natürlich sagen, wir machen eine richtige Installation. Okay. Okay. Das ist ein kompatibles Subhörer. Momentan, wir haben diese Subhörer kompatibel für unsere Video-Tuber-Spelsanlage verbinden. Es ist möglich, eine Schlüssel verbinden, eine Drucktaste und eine Schlüsselbahn zur Öffnung und so weiter mit mehr Subhörer, das wir haben. Okay, das ist auch sehr wichtig, ein bisschen für eine Verbindung ist diese Submodule machen, man muss in der DIP-Schalter eine Nummer geben. Ich meine, von meinem Hauptmodul, ich will drei Submodule verbinden. Dann meine erste Submodule in der Rückseite, ich muss auf dieser DIP-Schalter die Nummer 1 in ON und die Rest in OFF machen. Und meine zweite Module, ich werde die Nummer 1, die Nummer 2 in ON und die Rest in OFF lassen. und genauso mit anderen Submodule, die wir verbinden können. Ich zeige noch an uns bei Spielen. Ja, wie ich gesagt habe, gleich mache ich die Spiele und so können wir besser es sehen und natürlich besser es verstehen. So sieht aus unser Anschluss von unserem Hauptmodul. Jede Hauptmodul kommt schon mit dieser Konfiguration von Herstellern. Man muss nur verstehen und natürlich wissen, was bedeutet jeden Punkt und man kann weitere Einstellungen auf diesem Hauptmodul machen. Und bis jetzt, diese Präsentation ist fertig. Wir wollten nur unser Produkt euch zeigen und so können Sie unsere Video-Tour-Sperl-Anlage besser kennen. Aber jetzt werde ich ein Beispiel machen und so ist es besser für alle zu verstehen. Wenn Sie weitere Fragen haben, bitte können Sie diese Fragen auf den Chat stellen und wir werden die Fragen antworten. Okay. Dann ist es am Kabel. Jetzt beginnen wir mit unser Beispiel und wie man verbinden muss. Okay. Dies ist eine IP Hauptmodul. Okay. Wie wir sehen, es ist nur mit einem Kabel RJ45 verbinden. Okay. Und dies ist eine Hauptmodul 2.3. 2.3. Okay. Wie sieht es aus? Sieht genau gleich aus. Und hier haben wir unser neues Produkt Video-Tour-Sperl-Anlage. Das ist ein das ist, das ist, das ist das A. Komm schon mit Kabel A. Und komm schon auch mit einer Karten aus. Das ist das 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 System. Ist benutzen. Der Monitor ist ein IP-Monitor. Man braucht nur die Kabel RJ45 und der Monitor mit anderen. Okay. Es passt Und jetzt wie es gesagt hat Wie können wir die Suchmodule mit unserem Hauptmodul verbinden. mit einem Kabel mit einem Kabel RS185 Diese Kabel sieht so aus. Und hier diese Kabel machen wie die nächste Suchmodule in I Machen und weiter so in andere Suchmodule in O. Jetzt ich weiß, 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 das ist meine erste Suchmodule und da ich muss die erste Dichalter in O. und die resten in O. lassen. Okay. Und genauso mit weiteres Suchmodule die Nummer 2 in O. und die resten in O. lassen. So würde eine Verbindung sein. Aber jetzt ich werde unser Software Zafir Control Center machen und kommunizieren mit unser Hub Modul. Okay? Dann weiter. Jetzt wird mit Software Zafir Control Center ich schreibe meine Benutzer mein Passwort. Das erste Beispiel, das ich machen werde, ist mit einem IP Monitor, mit einem IP Hauf Modul verbinden. Natürlich man muss erst die Geräte aktivieren, eine IP geben und weiter so und auf unser Zafir Control Center hinzufügen. Ja, Hauptmodul IP. Ich werde diese Hauptmodul IP mit einem Monitor IP verbinden. Ich öffne die Einstellungen von Monitor und wo ist der Gateway ich werde die IP von ich werde die IP von unserer Hauptmodul schreiben. Passwort und save. Sie heißt Nummer eins. Ich klicke die teste die 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 funktionieren. Ok. Es funktionieren. Ok. Es ist so wird es sein. Und jetzt ist mobius eine Kaskade-Monitor-Verbindung machen und jetzt werde ich das machen und man kann kombinieren beide Systeme, ich meine, kann man kombinieren das SviteRab-System mit dem IP-System, jetzt werde ich die Monitor-SviteRab benutzen und ich werde verbinden auf dem Monitor-IP, Monitor-SviteRab-System hier steht, dann ich komme hier, Sie können immer die Firmware aktualisieren und die Firmware können Sie auf unserer Website finden und wenn Sie weitere Fragen über Firmware oder eine konkrete Fragen haben, Sie können an uns, an unser E-Mail tks.bizofax.security.com schicken. Dann, diese wird eine Station Indoor und diese wird die Nummer 1. ist dann safe, jetzt öffnen nochmal, ich muss die Passwort schreiben, aber hier, ich muss die IP von meiner Monitor-IP schreiben und so weiter mit anderen Monitoren, dass wir eine Verbindung machen müssen. Wie man auf das Bild sehen kann, diese IP gehört von dem Monitor-IP. Ich klicke auf save und jetzt probieren, wenn es funktioniert. Okay. Wie kann man wissen, wenn diese Kaskade Verbindung gut gemacht haben? Okay. Wie kann man es wissen? Einfach, so. Ich klicke auf die Teste von die IP auf Modul. Und wir nur, nur eins Monitor klingeln. Weil diese Monitor, dass ich diese Verbindung gemacht habe, muss man eine neue, muss man ein Neustart machen. Wir können auch diese Reset und Monitor machen und monitore machen, von unser Software-Safier-Control-Center machen. Wir kommen hier. Wenn möglich ist, das ist meine Meinung. Immer wenn ich eine Einstellung auf unser IP-Gerät mache, immer ich mache eine neue Start. So kann diese Einstellung auf unsere Spiegel speisen. Wir können diese Einstellung nochmal überprüfen. Wenn gut. Das ist IP von unserer IP-Monitor. Und jetzt müssen wir nochmal die Passwörter schreiben. Dann jetzt. Diese Einstellung, das ich von unser Software-Control-Center gemacht habe, ist es möglichst auf dem Monitor machen. Für diese Einstellung auf dem Monitor machen. Man muss auf den Einstellungen klicken. Dann auf die Einstellungen. Wir können diese Assistent benutzen. Okay. Auf Englisch, das heißt Wizard und auf Deutsch, das heißt Assistent. Wir klicken auf Wizard oder Assistent. Und das beginnend mit ein paar Fragen an unsere Stelle. Welche Sprache? Next. Die IP, das ist die Monitor hat. Weiter so. Next. Und hier. Die Nummer. Die Monitor ist. Die ROM-Nummer. Weiter so. Und dann. Die registrieren Passwort. Dann wir würden nochmal die Passwort schreiben. Jetzt bestätige die Passwort. Und jetzt suche ich meine Monitor. Meine IP-Monitor hat die IP das Ende in 7. Ja? Dann ich werde diese Geräte auswählen. Und dann finish. Und so würde eine Installation in Kaskade mit Monitor sein. Und jetzt klicken wir auf die Taste. Und würde bei das Monitor klingen. Die IP-Monitor. Mit der 2-Draht-Monitor. Es ist ein 2-Draht-Monitor. Es ist möglich kombinieren IP-System mit 2-Draht-System. Um alle die Einstellungen. Die Einstellungen. Das wir auf unser Software. Das wir auf unser Software. Das wir control center machen kann. Es ist möglich. Es ist möglich auf den Monitor machen. Und jetzt können wir. Ok. Ich werde zeigen. Die Schritt. Zu unser Handy hinzufügen. Auf unser Handy hinzufügen. Ok. Dann für das. Ich komme auch. Natürlich von unser wir machen. Wir machen diese Einstellung. Wir haben eine kurze Frage. Ja? Wie zeigt man den 2-Draht-Monitor mit dem Netzwerk an? Wie wird er verbunden? Ja. Wie ich gesagt habe. Es ist möglich mit dieser Hub. In diesem Beispiel. Dieser Monitor mit diesem 2-Draht-Monitor mit diesem 2-Draht-Hab-Modul geführt nicht auf eine Kit. Es ist individuell. Auf diesem Grund braucht es diese Hub in M2. Die Hub M2. Und hier. Diese Hub gibt Strom und die gleiche Zeit Internet auf unsere 2-Draht-Geräte. In diesem Fall. Ich habe eine Kaskade Hub gemacht. Wie hier man sehen. Ok. Genau wie eine Kaskade in Schwitz. Habe ich gemacht. Und von diesem Hub. Ich verbinde. Ich habe die Internetkabel. Und von diesem Hub. Ich gebe auf diesem Hub Internet. Und es droppt. Ok. Ok. Auf kommt mein Arbeitskollege Ferdi. Und er will auch über das erklären. Wie man anschließen muss. Ok. Jetzt. Äh. Die Frage war. Wie schlägt man diesen 2-Draht-Monitor an den Hub? Ok. Erstmal was ich sagen wollte. Wie man eine simple Installation macht. Mit einem Haus. Mit einem Hauptmodulkamera. Mit 5 oder 6 Monitoren. benutzt man nur eine Hub. Das ist die Hub M2. Wie kann man das sein, dass das ein M2 ist? Das gibt hier die In und Aus. Und wir haben hier 6 Kanäle. Und was man auch hier eben sehen kann. Ist, dass die letzten Kanäle mehr Strom gibt. Diese benutzt man immer für diese Kamera. Ok. Und dann die anderen Kanäle können Sie benutzen für die Monitore. Zum Beispiel. Wenn Sie ein Haus haben. Mit einem Hauptmodul. Und 6 Monitore. Das ist möglich. Dann sollen Sie noch eine Switch Extra kaufen. Und dann vergessen Sie diesen Anschluss. Sie benutzen ihn aus. Sie benutzen ihn aus. Nach dem zweiten Hub. In den Inanschluss. Ok. Jetzt würde ich mal erklären. Warum dieser Anschluss mit dem Hub 2 ist. Ok. Dieser Hub 2 kann man keine Geräte anschließen. Nur diesen Hub M2. Zum Beispiel. Mit einem Flat Gebäude. Du hast 2 oder 3 oder mehr Schafte. Das hochgehen. Und Sie würden alles mit 2 Drahten benutzen. Dann geht es mal nach dem ersten Kanal. Mit hier 1. Und dann aus. Nach dem anderen. Und nach dem anderen. Und nach dem anderen. Schaft. Was hochgehen. Das ist meine Erklärung. Für diesen 2 Drahten. Wie man das anschließen kann. Dass alles andere. Mit den Switches. Darunter. Das ist alles gleich. Mit 2 Drahten. Oder mit IP Version. oder jetzt würde ich das wird wieder geben nach rocke unsere kunden haben keine fragen da war noch eine frage da war eine frage was passiert wenn man diesen applikation benutzen kann mit ein mit eckwischen zum beispiel okay normalerweise würde ich sagen verkauft eine saphir okay aber manchmal geht das nicht richtig so man kann auch diesen guardian vision applikation runterladen in diesen applikation kann man die geräte von saphir zu setzen und auch die wenn die leute auch ein kamera von eklischen haben oder ein rekorde ich kann man dann auch dazu setzen und du hast alles in einer applikation okay und wenn ich heute hier angekommen war habe ich auch noch anders gesehen was ich gerne erklären möchte okay ich weiß nicht das ist nicht in der präsentation aber ich würde mal kurz sehr kurz erklären dieses gerät bedingt mit dem zugangskontrolle mit deinem gesicht okay kann man auch benutzen mit diesen monitoren was macht man wenn das das motto angeht dann reinkommen mit mit seinem gesicht herkennung aber du kannst auch ein monitor anklicken oder den konzert hier wieder an arbeit ist und noch etwas haben wir hier nicht aber hier haben wir den monitor mit einem besseren bildqualität und das hast haben wir gesehen in den ersten präsentation welche monite oder das gilt dies ist der monitor mit diesem red dot design award und dieser hat ein tolles mit tfc und und da können sie auch an die seite gut sehen was es ist und wir haben hier gleich eine taste und die tür zu offenen ohne dass wir das bild an antworten ja und ja wenn du noch mehr fragen sind dann können sie das denn hier keine fragen mehr wunderbar dann gebe ich das wort wieder zurück nach rocke okay jetzt werden wir eine kameras ip auf unser monitor hinzufügen und so können wir von unser monitor die ansicht von die kamera und von die hauptmodul haben es würde so sein wie gesagt habe es ist möglich diese einstellung von dem monitor machen aber auch von unser software für kontrol center einstellungen auf die kamera und die adresse die nummer eins wo hier ist der kamera und jetzt können wir können wir auf unser monitor die ansicht von die kamera und von die haupt von die kameras von die hauptmodul und von die kamera haben in der gleiche zeit jetzt zeige ich auch den monitor wie wir sein hier habe ich den monitor und ich klicke auf ansicht hier ist die ansicht von die kamera ok okay aber das wissen wir schon und hier auf den simpel auf den kameras sind wir würde die kamera das via in sie für haben ist diese kammer hier ist die kamera das via in sie für haben ok so ist die stritte für eine ip-kamera auf unser monitor hinzufügen ok und jetzt wie kann man auf unser app hinzufügen dann ist würde so sein ich habe mein handy und genauso ich nehme diesen monitor wenn keine frage frage es gibt dann ich gehe weiter wie der nächste schritt so die die ip-geräte auf unser handy in sie flüge machen ok dann ist noch mal auf einstelle wenn jemand klingelt bekommt man die nachrichten auf die app ja 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 man kann diese nachricht auf unserer app bekommen aber vorführend von diesen schritt ich muss auf meine handy zu führen ok aber ich werde das zeigen ok jetzt werde ich diesen schritt machen hier auf einstellungen ok auf guardian vision ich muss aktivieren wenn hier steht online wir können klara die kurze er in sich führen kann ein handy zwei monitore in der in der in so viel oder nur ein jeder gerät von safir kann man nur mit einer kunde verbinden aber seid nicht treu ist sie können deine kunde oder die kamera oder die den rekorde oder die töranlage teilen mit einer anderen person und auch ist das möglich mit deinen kunden in mehrere geräte simultan einzulocken so jeder von deiner familie kann den anruf und diese telefonanlage von dieser kamera anlage bekommen möglich zwei monitore anzuschließen ja oder drei oder vier und da kann auch zehn kameras dazu setzen und das alles kann auch auf einer anderen seite sein zum beispiel wenn ich ein geschäft habe ich habe mir eine kamerasysteme da und meine türanlage da und ich habe zu hause auch meine kameraanlage auch meine türanlage da da kann ich alles in eine applikation setzen auf meine auf seine kunde so wenn jemand anklingelt in deinem geschäft den anruf wird kommen auf deine handy aber auch natürlich wenn den amazon anruf bei deinem haus da kannst du auch diesen anruf bekommen auf deine handy und du kannst auch in andere kameras von deine wohnung egal wo du bist auf den ganzen welt war die internetverbände gut ist die diese system auf unser handy ist erfüllen und so können wir die nachliste bekommen auf unser kind okay haben wir die password ja dies ist die des weiteres monitor so ist diese die ip monitor dass wir benutzen muss okay da ist immer noch offline und das ist weil vielleicht die dms ist es lässt konfiguriert aber das kann können wir jetzt es machen das ist nur jetzt haben wir einen kleinen problem zu unser handy in zu fliegen aber das ist normal weil das kommt drauf an vielleicht die signal von internet oder diese wir haben eine schlecht denn es konfiguriert haben wir kommen hier wir schauen jetzt auf den network verifikation können wir müssen eine verifikation code schreiben okay dann jetzt jetzt kommen wir noch mal den code den sie gerade eingestellt haben können wir selber auswählen oder ist das ein fester code das ist eine sie können selbst eine code schreiben diese code ist die code das ist schon von zu einfach benutzt habe diese grund ich habe noch mal die gleiche code benutzt okay dann noch mal ja ich probiere ich habe schon die aplikation für ein tag gerade okay dann machen wir weiter ich werde diese monitor ein neues darmachen und ich beginne mit unser neuen produkt wieder zu spät anlage und so können wir sehen wie kann man auf diese mode auf diese wieder zu spät anlage auf unser handy inzufügen okay normalerweise hier die sitte ist die korrekte sitte das muss dass man erfolgen muss aber ja im internet ist so manchmal geht manchmal können wir so haben wie jetzt und jetzt mache ich einen neuen start und gleich versuche ich noch mal von diesem monitor auf mein handy inzufügen aber jetzt können wir einfach diese monitor monitor ok dieses sind unser neues produkt das ist vorher besprochen haben das kann man auf unser handy inzufügen ohne monitor man muss nur die serie nummer auf unser auf unser für connect schreiben und dann ist wir verbinden und jetzt mache ich so von meine sapri ab es ist neu es ist möglich für qr code scanne oder man alles inzufügen ich werde man alles hinzufügen aus und hier in seriennummer ist werde die seriennummer von meinen wieder zuerst anlage sein hier steht seriennummer da ich werde diese 0 6 8 dann weiter vielleicht hat die dns auch etwas falsch konfiguriert und aber das ist jetzt gerade habe ich mit unser team besprochen und jetzt haben wir ein kleines problem mit internet und wenn das noch mal diese problem haben wir werden auf unserer abteilung noch mal diese proben machen und wir werden auf youtube ist ein video mit dieser schnitte aufgeladen ok es tut mir leid das jetzt ist an dieser seite aber es so manchmal ist so normalerweise das geht so du musst nur die seriennummer schreiben und verbinden so schnell aber aber ja die mehr wichtig ist das schon dass unser team hat es bestätigt dass momentan haben wir ein kleines problem mit unser internet und aus diesem grund es ist nicht möglich aber ich will eine letzte probe versuchen und so können wir sicher sein das geht oder nicht ja wir haben ein kleines problem mit uns mit unserer next wer und leider diese probe ist nicht möglich zeigen aber ja wie ich gesagt habe ja wir werden diese schritte auf youtube auch laden und so können sie es schauen zu mir leid dass ich kann nicht jetzt in diesem moment zeigen aber manchmal die internet so okay weiter ich werde zeigen wie können wir die tür öffnen jetzt werde ich zeigen wie können wir eine erste klingel auf dem monitor installieren okay das ist ein das würde gut sein vielleicht für eine installation in eine haus das ist eine beispiel okay und meine hauptmodul natürlich steht draußen und meine monitor ist auf dem bahn von meinem wohnzimmer installiert aber ich bin in mein garten und dann für meine garten ich kann nicht hören wenn jemand klingelt oder wenn jemand nicht klingelt okay dafür für das wir können eine eine extra serie auf dem monitor installiert ich habe nicht ja diese serie weil wir haben schon gemacht und natürlich wir werden auch auf youtube hochladen wie kann man das machen auch haben wir f akku und unser wie unser system von videotransport anlage und sie können es selbst machen okay das jetzt ist machen werde ist eine klingel auf dem monitor für eine klingel auf dem monitor machen es ist möglich so auf dem simpel wie eine haus wir klicken auf diese simpel und da kann man gut sein wir müssen es aktivieren dann jetzt öffnen unser server control center und auf unser visse software werden wir diese einstellungen machen das wird es so sein bis jetzt habe wir haben f akku auf unserer website und sie können immer diese f akku kannst du ruhig lesen noch mal sehen weiter so auf sonnenalarm müssen auf sonnenalarm klicken dann wir machen wir machen auf doppel switch auspüllen safe jetzt proben wir es wenn es funktioniert okay jetzt zeige ich bin ich werde holle die die schritt die schritte für diese einst einstellungen machen okay ich öffne die die software zu viel kontrohlen und auf alle abzone ich muss klicken und dann ist muss doppel switch auswählen und aktivieren die gleich 1 aber wie gesagt habe das ist der wir haben f akku auf unserer website und sie können immer es noch mal sehen lesen und in seiner installation ist probieren jetzt würde es so sein und natürlich es ist möglich eine stelle installieren ok aber dieses schritt ich werde es machen weil es sehr laut aber sie können diese schritt auf unserer faq finden ok ja 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 moment ist okay okay gleich sie können wir ein ding mit dieser ist nicht natürlich ist abdeutsch und sie können es selbst lesen um natürlich wenn sie weiter fragen haben sie können immer an uns an unser e-mail dk es bis jetzt der security und go schicken und wir werden ihnen antworten und wir sind hier immer für ihnen unterstützt und für große projekte dass ihr habt dass sie können unser verkaufsabteilung diese frage stellen unser verkaufsabteilung werden ihnen sehr gerne helfen ok ich glaube die grundlage wir haben schon das ist sehr wichtig für alle installation machen und später natürlich man kann komplizieren installation machen aber für das sie können an uns immer frage durch e mail und ja wir werden hier ja immer sein für euch unterstützen ich werde noch mal zeigen wie kann man für diese kabel verbinden weil ich glaube vorher in der einfach man konnte nicht richtig sehen und dann jetzt ich sage das ok weil ich habe auch wissen dass ich gesagt habe jeder hauptmodul ist es war die ip system es weiter system es ist möglich mit anderen modulen verbinden ok wird diese kabel ist er einfach sehr intuitiv wo ihn es steht er müsse drei machen und die auch städt wird es für die nächste modul sein genau wie hier natürlich man kann später weitere einstellungen machen wie zum beispiel die mit dieser display die die bonu und anrufen ist einstellungen wir auf unser kontrol center machen aber es ist ab wir haben alle die die sie können uns weitere fragen für e mail sich ok ich habe bis jetzt die presentation ist fertig danke schön für ihre zeit wie gesagt hier meine ich präsentiere meine arbeitskollegen ferdi ein paar kunden von euch kennen schon ferdi und er ist mein arbeitskollegen und auch sie kennengelernt frau fahrer und dann ist unser team und herzlich willkommen und vielen dank für diese guten kurz wir hoffen dass wir ihnen etwas beigebracht haben haben sie ein bisschen geduld wie gesagt wir sind alle neu außer ferdi der schon ein paar jahre damit dabei ist hoffe dass der kurs ihnen auf jeden fall weiterhilft und bei weiteren fragen stehen wir ihnen alle auf jeden fall zur verfügung schönes wochenende und vielen herzlichen dank vielen dank dass sie sich das video angesehen haben wenn sie mehr über unsere sicherheitsprodukte erfahren möchten abonnieren sie den visitech kanal und aktivieren sie die benachrichtigung um immer auf dem laufenden zu bleiben so 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 Vielen Dank.